Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Need for Speed Heat. Und wir kommen gerade aus einer echt geilen Folge. Also falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, checkt die aus, Leute. Die war sauerfolgreich. In der Nacht sind wir mit dem Porsche unterwegs gewesen. Wir haben einiges gesammelt an Punkten. Und ich wähle hier gerade nochmal direkt... Ich hab schon einen Plan für heute Nacht, Leute. Wir kommen heute nämlich auf Level 23. Und wir werden es der Polizei heute so richtig zeigen. Ich hab jetzt ein gutes Gefühl, ja? Letzte Folge war gut. Und wir machen jetzt all eure Tipps, die ihr mir gegeben habt. In den letzten über 20 Folgen, ja? Ihr habt ja viel Geduld mit mir gehabt. Weil ihr wisst ja, ich bin nicht der Beste hier in Need for Speed Heat, was die Polizei angeht. Ich hab das nie so 100% gecheckt, wie das alles genau funktioniert. Ich darf fahren, kann ich eigentlich ganz gut. Klar, mach ich auch manchmal den ein oder anderen Fehler. Aber jetzt kann ich auch die Steuerung ein bisschen besser. Weil ihr mir den Tipp gegeben habt, das eben hier im Menü auf... Hier im Live-Tuning-Menü auf Lenkungseffindlichkeit auf hoch zu stellen. Dementsprechend ist das auch geil. Und eben, wir haben jetzt auch ein Auto schnell genug, um zu entkommen. Also es ist echt alles eigentlich so ein bisschen mehr oder weniger angerichtet. Ähm, oben hier, warte einmal hier raus. Es ist alles angerichtet, um jetzt mal ne richtig ne Nacht zu haben mit richtig viel Rap-Punkten. Neun Rekord. 50.000 sag ich jetzt einmal mal. 50.000 Points, Leute! Wollen wir es vielleicht einmal versuchen zu bekommen in einer Nacht. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Ich würde mich auch mit 30.000 zufrieden geben, weil ungefähr das reicht. Schon. Oder 35. Aber 50 wäre halt krass. Oh, dieser schönen Fuchsweg. Oh, so ein geiles Auto. Ähm. Aber, ich glaube wir können das reißen. Und dann, Leute, ist der Plan zum Speedway zu gehen. Und auf dem Speedway, ähm, ordentlich, ordentlich, äh, in der Mitte auf dem Infield, ähm, durch die, äh, durch den Blitzer zu fahren. Und dann weitere Rap-Punkte zu sammeln und die Polizei weiter auf uns aufzuhetzen. Und dann am Ende rauszuspringen. Ähm, weil unser Auto jetzt schnell genug ist, um rauszuspringen. Ja, aber das ist das, was wir machen wollen. Und ich spiele im Offline-Modus gerade. Deswegen, wenn ich jetzt die Pause drücke. Ha! Hält alles an, Leute. Und ich kann da hingehen und mir das hier markieren. Schon mal. Also, im Rennen kann ich mich nicht markieren. Aber ich kann gucken sozusagen. Weil das konnte ich ja sonst auch irgendwie machen immer. Dieses Markieren. Weil wir eben, äh, weil ich immer online gespielt hab. Und das war dann immer so, ich kann mich ja nicht perfekt auf dem Map aus. Ähm, und das hat mir dann in viele blöde Situation gebracht. Also, all das, Leute, soll heute besser sein. Und natürlich jetzt hier im Rennen dürfen wir jetzt erstmal unser Auto möglichst wenig kaputt machen, damit das gleich noch heil ist. Sollten wir es in der Nacht brauchen. Oh, es könnte eine gute Nacht werden, Leute. Es könnte wirklich eine sehr, sehr gute Nacht werden. Hätte ich mal ein bisschen mehr mit Driften arbeiten sollen. Und dadurch kommen wir jetzt da hinten natürlich wieder nah ran. Aber nicht nah genug. Rennen ist auch schon fast geschafft. Alter, Leute. Was für ein Easy-Rennen. Das war ja jetzt mal ausnahmsweise mal richtig easy. Und kurz vor allem dafür, dass wir schon recht viele Rennpunkte bekommen. Muss man sagen. Ist nice. Aber wir sind halt jetzt relativ weit weg vom, ähm, relativ weit weg von der Rennstrecke. Vielleicht machen wir doch noch ein anderes Rennen auf dem Weg zur Rennstrecke wieder. Und gehen dann aber direkt zur Rennstrecke. So, nice, Leute. Easy ins Ziel rein. So soll es doch sein. Ich musste kaum Nitro überhaupt benutzen. Wäre fast 5000 Rapppunkte gehabt. Das ist geil. Nice, nice, nice. Leute. Schon mal die halbe Miete haben wir schon mal. Polizei ist jetzt sauer auf uns. Aber die sehen uns noch nicht. Ähm, jetzt ist die Frage. Ist auch ein neues Rennen. Sondern es gibt nur 3100. Das lohnt nicht unbedingt. 2000. Ne. Ich will irgendein Rennen haben, was uns sozusagen wieder hier hinführt auch. Aber wenn man sowas hier auswählt, dann zeigt es einem hier die Strecke an. Das ist die Strecke. Okay. Wo führt die hin? Die führt ziemlich Richtung Innenstadt, ne? Aber ziemlich weit durch. Oh, und hier ist ein Heat-3-Rennen. Alter Schwede, Leute. Es gibt 12.000 Rapp. Aber das kannst du nur machen, wenn du auf Heat-Stufe 3 das machst. Dann musst du 3 weitere Rennen sozusagen davor fahren. Ähm, das Rennen hier. Das wird ziemlich nah zur Rennstrecke. Und das gibt auch gute Rapp eigentlich halbwegs. Ja, es gibt eigentlich ganz gute Rapp. Ich mein, äh... Sind wir halt schon mal gefahren. Was ist mit dem Rennen? Das führt nur hier so im Kreis rum. Das ist ein Rundkurs-Rennen. Alter, das gibt aber... Das gibt kranke Rapp. Und das direkt hier. Komm, machen wir das. Machen wir das. Und dann können wir einfach danach direkt zur Rennstrecke fahren. Alter, das gibt kranke Rappdication. Geil, Leute. Das sagen wir doch nicht. Nein. Das sagen wir aber ganz definitiv nicht. Nein. Oh, und wir können springen. Dammit. Das wird nix. Bitte nicht. Bitte, dass mein Audios nicht noch mehr kaputt sein. Haha. Direkt schlecht ist oben gerade hier. Aber das wird was, Leute. Keine Sorge. Das ist aber auch der Sprung, glaube ich, den man dann gut machen kann mit der Polizei. Und dann irgendwie Glück haben kann, dass die dann da reinfällt. Mal schauen. Aber unser Ziel ist, wir halten uns dran. Wir wollen zur Rennstrecke dann gleich. Oder hier. Hier im Hafen kann man das auch gut machen. Da kann man nämlich schön hier auf die Container rausbringen. Also ich glaube, heute können wir wirklich was schaffen. Heute können wir wirklich mal was krasses schaffen. Aber erstmal Rundkurs-Rennen. Rage. Schuss. Rein da. Ah. Schön, Leute. Es macht Spaß, weil wir merken, wir machen richtig Fortschritt. Es geht einfach voran. Es sind nicht immer diese Rückschläge, dass immer das Geld weggenommen wird. Die Rep weggenommen wird. Heute auch nicht. Ja. Klopf auf Holz. Klopf. Damit das auch so bleibt. Aber ich glaube, wir können ja auch ordentlich was reißen. Puh. Ah. So killed. Ahleş. Achh. So hadja. Also, Traktion, am Anfang ist das Größbolien von Papa, das ist scheißegal, weil denen braucht man so seltene Traktion. Und danach holen wir das mit so easy hier alles wieder. Jawoll. Wir kommen hier in den Drift rein. Der heißt einfach Clio, aber er fährt keinen Clio. Oh, ist ja dieses... Ah das ist das Rennen, was so ein bisschen Offroad ist. Das ist natürlich absolut nichts für mein Auto. Das werden wir immer verlieren hier auf diesen Offroad Parts. Aber es ist nur kurz Offroad. Das müssen wir sozusagen, müssen wir gut genug auf dem normalen Part sein. Aber ich glaube, das können wir schaffen. Wir sind das schon einmal gefahren, das Rennen. Jetzt ist natürlich höhere Schwierigkeitsstufe und es gibt mehr Punkte. Aber das wird schon. Ace, Clio. So, lass mich durch. Und Nightshow. Zack, zack. Ja, nice. Nice, das wird auch gut. Perfekto. Also, erste Runde haben wir jetzt hier schon geschafft. Hier, ich glaube, das Startziel. Jawohl. Und wir sind jetzt schon auf dem ersten Platz. Easy quer durch. Können wir schon abkürzen. Machen wir nochmal in der nächsten Runde. So, das ist jetzt der schwierige Part. Hier darf ich nicht so viel Speed verlieren. Weil ich kriege einfach keine Traktion hier. Aber schnell wieder hier auf die Straße rauf, weiter geht's. Ja, bin erster geblieben. Komm, wenn wir es geschafft haben, so mit dem Abstand hier erst mal zu bleiben, auf dem Mini-Dreck-Part, dann sollte das kein Problem sein hier. Sehr nice. Ich meine, wir können den Porsche auch auf ein bisschen mehr Offroad vielleicht umbauen. Das ist vielleicht kein komplettes Offroad-Auto, ist aber so ein bisschen. Oder, Leute, schreibt mir mal in die Kommentare, eigentlich soll es auch gehen, dass man von einem und demselben Auto zwei Varianten baut. Also, das ist sozusagen, und da kann ich kurz vorm Rennen sozusagen wechseln auf A oder B. Und da kann ich einmal den Porsche als Offroad-Auto bauen, weil das fände ich auch nice. So ein richtiges Safari-Offroad-Auto, der Porsche hier. Und das für Offroad-Rennen. Fände ich eigentlich fast geiler, als wenn wir so einen richtigen Geländewagen holen. So, quer durch hier. Da kann man auch nämlich, da kann man auch so abkürzen. Das war auch geil. Oh. Also, das, vielleicht ist das eine geile Idee, Leute. Den Porsche, wir müssen hier nicht mal als komplettes Offroad-Auto bauen. Wir können auch ein Offroad-Auto bauen, was wirklich nur Offroad-Rennen ist, aber da dann übertrieben gut. Und dann bauen wir den Porsche hier so um, dass der, das war erst der zweite, hab ich einen Vorsprung. Und dann bauen wir den Porsche um, dass der sozusagen hier solche Abkürzungen befahren kann. Also, so ein bisschen Offroad-Querfeld ein. Also, ein Rennauto ist aber immer noch Offroad-Fahren kann. Weil das ist, glaube ich, für viele Rennen eine echt geile Sache. Und wenn da so ein reines Straßenrennen ist, dann holen wir den McLaren. Und der ist dann natürlich dann halt der geilste, was, äh, was reines Straßenrennen angeht, was perfekte Kurvenlage angeht, ohne Giften und sowas alles. Oh, ich glaube, das wäre eine gute Idee. Aber erst mal, das Rennen hier easy abgeschlossen, Leute. Damit sollten wir dann die Heatsstufe 2 eigentlich auch bekommen. Und wenn wir die haben, äh, brauchen wir nur noch einen, noch, müssen wir nur noch auf Heatsstufe 3, kommen. Und dann können wir schon das krasse Heatsstufe 3-Rennen da fahren. Alter, oh, ja, wir sind in Heatsstufe 2, okay. Jetzt die Frage, machen wir noch ein Rennen und machen wir irgendwelche anderen Sachen, um auf Heatsstufe 3 zu kommen? Also, auf jeden Fall ist hier, kann man jetzt hier Speed holen. Wo ist das? Anni, hier links wäre es gewesen. Ah, nee, es ist ja gar nicht der Speed. Nee, es ist das anderes gewesen. Okay, ist die Frage, was machen wir, um Heatsstufe 3 zu bekommen, Leute? Also, um Heatsstufe 3 zu bekommen, hier, das Ding hier, das ist das High Heat Event. Also, wenn wir halt noch ein Rennen machen, was gibt das hier? Rage, ah, das ist das, was wir gerade gemacht haben. Oh, es gibt aber nochmal 4400. Ach komm, wir machen dasselbe Rennen nochmal, ihr müsst ihr nicht angucken, Leute. Wir springen da kurz hin und dann holen wir uns die Heatsstufe 3. Und ein souveräner Sieg, Leute, hier, auch beim zweiten Mal, das war es eigentlich noch einfacher, Leute. Haben sie das Ding hier geholt. Damit 4400 weitere Reputation-Punkte. Nicht ganz viel wie davor, weil man es halt zweimal macht, aber wir sind auf Heatsstufe, ach, auch nur 2. Immer noch. Ach, krass, okay, dann geht es nicht komplett hoch, wenn man selber rennt fährt vielleicht. Wir sind weiter auf Heatsstufe 2. Immer gut. Da war gut zu wissen. Wusste ich halt davor nicht. Aber dann können wir mal gucken, was wir machen können, um die zu erhöhen. Wir können halt einfach die, ja, wenn wir die Polizei jetzt holen, ist es natürlich, uff, wollen wir die Polizei holen? Oh, das gibt natürlich direkt Stress mit der Polizei. Ich schätze halt, wenn wir ein neues Rennen fahren, ne? Wenn wir halt ein neues Rennen fahren, und ich meine, das ist ein neues Rennen da hinten, dann werden wir auf jeden Fall auf Stufe 3 kommen. Wir brauchen nur noch 11.000 Punkte. Dann hätten wir schon unser, ähm, dann hätten wir schon unser Minimalziel erreicht, aber unser großes Ziel ist ja 50.000 Punkte in einer Nacht. Das können wir auch immer noch schaffen. Äh, mal schauen, Leute. Fahren wir mal, fahren wir mal hier zu dem Rennen hin. Also wir dürfen uns natürlich nicht zu viel vornehmen, aber wir haben mal einen guten Lauf gerade, Leute. Ja, und ich bin sonst, ich bin sehr zuversichtlich. Ich hab irgendwie ein gutes Gefühl bei der Nacht, Leute. Hab einfach irgendwie echt ein gutes Gefühl, dass wir so viel packen können. Mal schauen hier. So, Sprintrennen. Das ist das Ding. Und da ist auch direkt danach, ist eine Tankstelle. Ja, die hab ich jetzt nicht genutzt, und das Sprintrennen führt uns ja woanders hin, aber egal. Ich hab keine Ahnung, wo uns das hinführt. Vielleicht fahren wir komplett irgendwo woanders hin. Mal sehen. Wir haben ja dann ja, wir können ja Pause drücken nach dem Rennen und schauen, wo wir sind. Aber das sollte uns auf jeden Fall auf die Stufe 3 bringen. Irgendwann kommt auch die Helikopter und so weiter, die dann verfolgen. Eieiei. Es wird was, Leute. Sollte auf jeden Fall ein leichtes Rennen werden und keines ist allzu lange dauert. Bei den Punkten, die es gibt, halt nicht so krass viele. Aber die Punkte werden auch verdoppelt. Wenn wir auf die Stufe 3 sind, werden die verdreifacht. Also wir haben jetzt schon 30.000 Punkte. Das heißt, wir haben 45.000 Punkte, wenn wir auf die Stufe 3 sind. Dann kommen die Punkte von hier dazu, was andere auf die Stufe 3 sind. Dann haben wir schon 50.000. Eigentlich, wenn wir das Rennen hier gewonnen haben, hätten wir an die 50.000 Punkte, das wir dann eigentlich haben, Leute. Krank. Das ist ja wirklich schon die beste Nacht, die wir hier hatten. Ich weiß, ihr macht euch immer lustig, wenn ich sag die beste Nacht ever. Aber es sind dann halt meine besten Nächte, die ich halt jemals hatte. Ich weiß, ihr seid vielleicht alle ein bisschen krasser noch unterwegs als ich. Aber ich spiele ja vielleicht mehr. Ich spiele wirklich nur das, was ihr in der Folge seht. Ich spiele nicht, ohne dass wir hier aufnehmen. Außer ich mache einen Zeitraffer wie beim Geld erfahren oder sowas. Aber ansonsten ist alles, was ich mache, seht ihr. Dementsprechend für die Spielzeit, ich habe, würde ich mal sagen, ist alles vollkommen in Ordnung noch. Da ist hier oben rüber. Ich glaube, das war richtig. Auf jeden Fall kranker Sprung. Wie yo. Auch wenn es relativ knapp war, dass ich es geschafft habe. Ich glaube, ich musste da gar nicht längs, aber ich habe es halt mal gemacht. Für die Style-Punkte. Wenn wir eh hier in Führung liegen, kann man uns das ja mal gönnen. Das auch. Geiler Sprung, aber nicht jetzt für jetzt. Jetzt müssen wir nämlich hier im Rennen bleiben. Wuhu. 55% vom Rennen gepackt. Easy 200 Meter Vorsprung. Nice, das soll es doch alles sein. Einmal kürtet einen durch. Jawohl. Oh, das Zucki kürtet einen. Ich bleibe dabei. Ich glaube, den Porsche brauche ich um, dass das so ein Allround-Auto ist, der etwas auch ein bisschen aufhört kann. Ist die Frage, was das Beste ist. Ob ich den Aufhört in Reifen reintun soll oder ob unser Zucki eine normale Performance kostet. Also irgendwas muss ich halt machen. Irgendwas anpassen, dass es ein bisschen mehr Richtung Aufhört geht. Ohne, dass es aber viel Performance auf der Strecke auf der normalen Straße fliegen geht. Man muss halt irgendwie so die Balance schaffen. Es soll ja kein richtiges Aufhört-Auto sein. Es soll nur so ein Mittelding sein. Ist die Frage, wenn ich es sozusagen auf diesen Diagramme schaffe, das Auto genau in die Mitte zu bekommen, ob das die richtige Idee ist oder ob es schon mehr auf Strecke noch bleiben soll. Nur halt nicht so Extremstrecke wie jetzt. Boah, aber ich bin auch echt zufrieden, wie der fährt. Das fährt sich echt geil. Haben wir gut gemacht, Haben wir gut getunt, gut ausgewählt, gutes Auto. Danke für eure Vorschläge. Gut aussehen tut er sowieso hier. Und damit sind wir auch hier jetzt im Ziel. Und damit sollten wir auf jeden Fall Hitschuf 3 sein. Wir sind ziemlich sicher, dass wir es jetzt geschafft haben sollten. So, 3000 extra Punkte gab das. Dann haben wir noch nicht ganz 50.000. Aber, oh, wir sind auch in Hitschuf 3. Ach, krass. Okay, dann ist es halt anders, als ich dachte. Ich dachte halt immer, mein Kick pro Rennen eine Hitschuf. Habt ihr bestimmt jetzt auch schon tausendmal in die Kommentare geschrieben, dass es nicht so ist? Jetzt weiß ich es auch. Okay. Das gibt ein 625 Rap. Das muss man einfach nur machen. Also, hier wollen wir ungefähr hin zu diesem Hitschuf 3 Rennen. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal dahin jetzt. Und vielleicht kommt die Polizei eh schon auf den Weg und dann müssen wir die abhängen. Und dann würden wir ja auch dementsprechend, was wir brauchen, zusammenbekommen. Und hier ist noch eine Speedtrap, die nehmen wir mal mit. Auch wenn das nicht ganz unser Weg ist. Ah ne, die Speedtrap ist auch unser Weg. Oh, die Speedtrap ist auch unser Weg. Vielleicht schaffen wir genug Speed aufzubauen. Regne ich mal ein bisschen Anlauf. So, go, 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 go. Go, 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 go. Das wird nicht so viel sein. Ne. Also, zwei schon, aber, oh, das hat er was gebracht. Was fahren wir nochmal? Dahinten kommt halt auch die Polizei an. War halt mehr Speed. Auch mehr Speed dafür. Aber wenn wir das, wenn wir hier ordentlich durchfahren, dann können wir es auch so schaffen. So, ich fahre jetzt einmal so durch und dann machen wir nochmal von der anderen Seite. Dann sollten wir fast die Stufe 3 haben. Kommen wir jetzt von hier mit einem ordentlichen Anlauf. Ja, ich komme hier von der Kreuzung aus. Jetzt Vollgas. Go, 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 go. Und dann machen wir Nightshow kurz vorher, dass wir jetzt mit Nightshow drin durchfahren. Mal gucken, weil wir drei Sterne schaffen. Ich glaube, 224 müssen wir dafür schaffen. Oh nein, es kommt einer. Ah, das war nicht so gut. Wir müssen von dieser Seite aus kommen. Aber noch einmal, einmal jetzt hier von unten Anlauf. Dann schaffen wir das. Und dann können wir nämlich die Stufe 3 Rennen machen und das ist dann halt ein Rennen, Leute, was richtig krank ist. Das ist ein Rennen. Das gibt es auch hier als auch mal erst in Weihnachtstag als schöne Folge für euch. Wahrscheinlich ein bisschen länger als eigentlich gedacht, aber lohnt sich dann auch. Nightshow. Ah, nicht ganz geschafft. Aber es reicht die Stufe 3. Die Stufe 3, Leute, ist am Start. Das heißt, jetzt haben wir ordentlich Punkte und wir sind auf dem Weg, wir können das die 3 Rennen machen. Ups, ich habe es ja schon ausgewählt gehabt. Also, das Rennen wollen wir machen, aber da unten ist Polizei, es heißt, wir sollten umdrehen. sie ist hier gespawnt. Sie war gerade eben noch nicht da, die Punktzahl. Damn it. Okay, aber wir haben 62 Punkte jetzt in dieser Nacht. Das ist schon richtig, richtig gut. Und wir wollen jetzt das Heatstufe 3 Rennen machen. Und wir werden kommen, wir werden kommen. Wie nice ist das denn? Als ob wir jetzt auf einem Drift-Parcours jetzt noch hier sind. Während wir entkommen der Polizei hier, driften wir noch ein bisschen, aber es ist halt das falsche Auto zum Driften. Dementsprechend glaube ich nicht, dass wir es hier schaffen können. Nope. Aber, aber knapp. Wir haben fast, hätten wir, obwohl das schlecht ist zum Driften, das Auto, hätten wir fast Minimalpunkte bekommen hier noch. So, warte, wo geht es hier lang? Einmal querfeld ein, hier soll ja keine Polizei sein. Da vorne ist auf jeden Fall Polizei. Ich weiß nicht, ob ich mir die Polizei mir folgt und mich rein starten kann. Ich glaube, es ist besser, wenn die Polizei, ich glaube, ich kann nur starten, wenn die Polizei mir nicht aktiv folgt. Eieiei, Leute, das könnte echt so eine krasse Nacht jetzt werden. So, rein zu Heatrennen, wir können auch starten, hier ist keine Polizei, wenn keine mehr spawnt. das ist Heatrennen. Sprintrennen, ich glaube, das ist es. Heat, High Heat Event. Oha, Leute, unser erstes High Heat Event. Unser allererstes High Heat Event. Das ist ein krasses Rennen, das ist schwer, es ist mit Polizei, glaube ich, und man kriegt eine krasse Belohnung am Ende. Ich glaube, man kriegt sogar krasse Tuning-Teile, wenn man das hier schafft. Okay. Okay, 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 okay. Easy wird es nicht. Aber bitte lass uns das schaffen. Wenn wir das schaffen, Leute, dann können wir eine 100.000er nachschaffen. Easy. Los geht's. Okay, ihr habt krasse Autos, ich merke das schon. Oh damn. Uh, ich bin nervös, ich bin nervös, komm schon. Aua, Polizei, überall schon am Start. Hey, ich habe eine kleine Asperger in jeder da. Ich habe sie gefunden, Zentrale. Ich habe sie gefunden. Das Problem ist, mein Auto ist schon ein bisschen kaputt. Und ich will es nicht weiter kaputt machen. Oh, Alter, alle hier mit guten Autos unterwegs. Neuer 911 hier vor uns, wie mit dem alten 911. Au, 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 au. Wir fahren hier Richtung Podium sind wir unterwegs. Oh, ist ein R8 vor uns. Das habe ich noch gar nicht gesehen, glaube ich. Alter, jetzt fahren wir wirklich mit ganz neuen Autos auf einmal, ne? Also gegen ganz neue Autos. Jetzt haben wir einen Komma, aber gerade Windschatten und wir haben auch wieder einen Nitro am Start. Okay. Korrekt nicht ideal genommen, aber immer noch okay. Wir sammeln auch wieder den Nitro auf. Wir sind auf Position 3. Das ist natürlich ein kleiner Abstand. 200 Meter zum zweiten und 300 Meter zum dritten oder sogar noch mehr. Und ich habe gerade noch keinen Nitro wieder aufzuladen. Jetzt aber, ich habe nicht gut einen Nitro aufgeladen, aber jetzt haben wir es. Jetzt nicht falsch fahren. ungefähr ein Drittel vom Rennleutern haben wir geschafft, 30 Prozent. Jetzt kommt ein schwieriger Part für mich. Oh, diese Serpentinen. Aber wir machen das eigentlich ganz gut. Wir haben den Abstand verkleinert. Oha, Leute. Ja, das war sehr gut, sehr gut. Lamborghini vor uns in grün. Das ist der Carlos, das ist die Nummer 2. Können wir bekommen. Wir machen das gut und wir haben auch Nitro. Wir können gleich den Nitro einsetzen. Ich mache aber jetzt mal. Ja, ja. Wir haben guten Speed. Wir haben guten Speed, aber die 2 da drinnen ist halt auch verdammt gut, muss man sagen. Aber jetzt hier kommt. Jetzt mit Top Speed sollten wir hier runter, sollten wir wieder hier designen, die ganz vorne dabei sind. Ich sehe Danny, 200 Meter vorn, der führende. Zweiten Platz haben wir schon mal. Ich brauche meinen Nitro, ich brauche meinen Nitro. Ich habe noch keinen Nitro. Jetzt. Okay. Oh nein, oh Gott, alles doch gerade so gut gegangen. Es kann natürlich ein bisschen schaden, aber es war ganz gut. 60 Prozent und wir sind saunah dran hier am ersten. Was auch immer, der für ein krankes Auto da fährt. Ich kann es ja nicht ganz genau sehen von hier. Komm, lade Nitro schneller auf. Hier ist perfekt, um Nitro einzusetzen gerade. Okay, Nitro ist da nach der Kurve. Setzen wir es ein. Zack, Nitro am Start. Windschatten. Ist auch ein Lamborghini, oder was ist das hier? Wow, wow. Ich habe den nicht gesehen. Gott damn. Nein. Scheiße. Ah. Ich habe den nicht gesehen. Das ist eine Spiegelung nur. Damn. Das hat es gekostet, Leute. Wir warten fast den ersten Platz. Schade, schade, aber dranbleiben. Da ist nichts vorbei. Jawohl. Easy wieder geholt. Und da vorne ist wieder der Erste. Oh, da ist eine Tanke nach. Den Rennen müssen wir auf jeden Fall reparieren. Mein Schuh einsetzen. Wir sind bei 80 Prozent. Langes Rennen nicht mehr. Schön hier. Aus der Gegendfahrbahn fahren, damit wir noch einmal Nitro bekommen in diesem Rennen. Oh. Wuhu. Fahren. Brauch Nitro. Brauch Nitro. Brauch Nitro. Platz für unser erstes Heat-Rennen. Müssen wir uns mit dem zweiten Platz zufrieden gehen. Es ist trotzdem eine saustarke Leistung. Trotzdem saustark. Damit können wir zufrieden sein, Leute. Mal gucken, was das gibt. Oh, 11.000 Punkte immerhin. Rap. Und das 11.000 mal 3. 11.000 mal 3. Also, wir haben fast 100.000 haben wir abgeschlossen. Oh, mein Auto ist fast kaputt. Okay, wir brauchen jetzt ganz dringend, das heißt auch, dass mein Motor fast kaputt ist, oder? Glaub ich. Vielleicht heißt auch, hehehe. Heißt auch was anderes. Hier ist eine Tanke. Wir drehen nicht um, wir fahren weiter gerade aus. Okay, wir fahren zur Tanke. Alter Schwede, wir haben fast 100.000 Punkte in einer Nacht, Leute. Fast 100.000. Also, durch die Tankstelle durch. Und wir werden gerade nicht verfolgt von der Polizei. Das sollten wir ausnutzen. Nein, wir fahren kein neues Rennen, auch wenn das geil wäre, aber wir machen noch irgendwas, wo es uns noch ein bisschen Rap-Punkte gibt, nämlich das hier. Und dann fahren wir zu, ich weiß, da hinten kommt noch Polizei, Leute, aber ich will noch die 100.000 shoppen. Ich schau mal, ob ich in den sozialen Medien ein paar Renn-Events finde, zu denen ich euch stattdessen schicken kann. Ich freue mich schon, Leute. Ich gebe die Verfolgung auf. Und? Waren das drei Sterne? Oh, nur zwei. Aber okay, wir haben 99.000. Da vorne ist wieder Polizei. Wir fahren erst einmal noch mal hier. Oh nein, die kommt auch Polizei. Seht ihr um, im Gegenverkehr fahren, kommt noch mal Nitro, noch mal Nitro, noch mal Nitro. Okay, immerhin ein bisschen. Oh, wir sind nur noch 400 Punkte, dann haben wir unsere Hilftstufe, komm, fahr weg, fahr weg, fahr weg. Oh, hier ist die Polizei, ihr habt es gesehen auf der Karte. Goddamn, Leute, wir haben es fast geschafft, wir brauchen kaum noch Rap-Punkte. Nein, da kommt auch Polizei. Irgendwie kann man doch Motor ausmachen, dass man weniger gut erkannt wird, Leute. Das müssen wir schnell mal checken. Einstellungen, Fahrer, Controller, Tastenbelegung, Handbremse hochschalten, nach rechts sehen, beschleunigen, runterschalten. Nee, ich glaube nicht. Ich dachte, man kann irgendwie sein. Oder ging das nur bei einem alten... Oh. Oh Gott. Da ist die Polizei direkt hinter uns, Leute. Die warten hier. Wir müssen mal schauen, wo wir hinfahren denn jetzt. Wo ist denn das nächste... Wir fahren nochmal da durch, würde ich sagen. Nochmal durch die Speedtrap. Reicht ja irgendwas, was wir da schaffen. Und dann müssen wir zu irgendeinem Haus fahren. Ich meine, wir sind nicht weit weg hier vom Speedway. Wir können auch zum Speedway fahren. Ja. Oh Gott. Oh Gott, Leute. Ich weiß nicht, ob wir das probieren sollen. Alter Schwede. Aber wir haben auf jeden Fall unser allererstes High Heat-Rennen geschafft. Ich würde sagen, wir beenden einfach mal die Folge an dieser Stelle. Und dann sehen wir in der nächsten Folge, ob wir es schaffen, der Polizei zu entkommen und all diese Punkte auch zu behalten. Diese 100.000. Oder dann werden wir es noch weitermachen, dann werden es über 100.000 sein. Weit über 100.000. Also mal schauen. Drückt nach oben, wenn es euch heute gefallen hat. Schreibt mir Tipps in die Kommentare, wie ich sowas hier, wie ich so Polizei-Rennen noch besser machen kann. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.